Hallo und ganz herzlich willkommen zur zweiten Episode von Free2Play Clash und danke an erster Stelle erst einmal an das, oder beziehungsweise danke an euch und danke für das ganze positive Feedback. Es hat mich sehr gefreut und es ist auch schon wirklich einiges passiert. Es hat sich echt einiges getan. Ich bin nämlich schon Rathaus 5 und ich bin kurz davor, mir die dritte Bauhütte zu holen. Es ist wirklich soweit. Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken, wie sieht es denn aus im Clan. So im Clan, so sieht das aus. Ihr müsst bedenken, Special Fred und Lord Hopfen fallen weg. Das bedeutet, ich bin aktuell, oh, von dem Pokal, der bin ich nur auf Platz 5. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Sebastos ist, oh, Sebastos ist ganz weit hinten mit dem Pokal. Äh, Präsident ist ganz weit vorne. Der ist kurz davor, sich das Achievement zu holen. Wenn er sich das Achievement holt, dann bedeutet das, er kriegt natürlich auch ordentlich Gems und er kann sich auf jeden Fall auch die dritte Bauhütte holen. Ich hab das Nachtdorf gemacht. Nachdem ich das Nachtdorf hatte, ähm, hab ich natürlich angefangen, so ein bisschen schon mal, äh, ja, da was zu machen, damit ich die, äh, Meisterhütte upgraden kann. Und nachdem ich sie upgradet hatte, konnte ich da die ganzen Hindernisse schon mal abbauen. Äh, ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll, aber der hat so viel Loot, ne? Ja, ist halt aktuell immer so die, das ist aktuell immer so die Sache. Ich hab auch keine, äh, ich hab keine Mauerbrecher. Ja, das ist das Problem. Ah, wieder so einer. Ich weiß es doch nicht. Ich hab, ich hab, ich hab, ah, wir haben keine, wir haben keine Riesen. Okay, den nehm ich jetzt mal mit. Den nehm ich jetzt mal mit, auch, ja, 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 ja. Was auch, wir lenken, wir lenken jetzt ab. Ich müsste hier Riesen drin haben. Ja, wir haben Riesen da drin. Okay, wir machen das jetzt so. Du gehst da, die gehen jetzt da drauf. Und in der Zeit, ja, schieß, 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 genau. In der Zeit, wo das Ding jetzt schießt, geh ich von der anderen Seite rein und geh jetzt nochmal, komm, ja, geh da rein. So, geh da rein. Und jetzt schnappen wir uns das ganze Zeug und dann haben wir es. Also, der Loot ist sowieso kein Problem. Was ihr auch bedenken müsst, ich habe die Weltmeisterschaft Challenge, die Uni Qualifier Challenge mal eben gemacht. Und das hat auch nochmal richtig was gebracht. Das hat auch 21 Juwelen gebracht. Das hat mich auch richtig nach vorne gebracht. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne, wie sich das Ganze so entwickelt. Okay, das ist ein Overkill. Das ist ein Overkill, das ist gut. Ich brauche richtig viel Elex jetzt, denn ich bin jetzt ja Rathaus 5 und das bedeutet, Rathaus 5, was macht man als erstes hoch beim neuen Rathaus? Natürlich das Labor. Das Labor ist super wichtig, denn ich kriege ja auch den Schub, bedeutet meine Truppensinnenschaft Level 3 mit dem Boost und nicht nur das Board, 320.000 Bonus. 320.000 Bonus. Ernsthaft? Also, ich kann gleich forschen. Ich kann gleich forschen. Äh, 160.000 kostet mich der Bogie. Äh, weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich würde eigentlich gerne warten, bis das hier fertig ist. Äh, wobei, ne, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Also, ich muss sowieso eine Kaserne upgraden. Es dauert 8 Stunden. Dann kriege ich allerdings den Loon. Und der Loon ist hier unten natürlich super wichtig auf diesen, äh, ja, in diesen Regionen hier. Warte, wir nehmen mal davon mal ein. So, den Rest mache ich trotzdem erstmal nur Barge. Das ist mir sicherer. Ich habe schon 200 insgesamt. Also, zweimal 100 Truppenkapazität. Äh, dauert jetzt natürlich. Das ist der Nachteil, ne? Also, das dauert jetzt. Die Folge muss ich jetzt echt ein bisschen... Ja, die wird ein bisschen länger dauern zum Aufnehmen, weil die Truppen einfach so lange dauern. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut. Aber vorher die Ankündigung. Ich öffne den Jimmy-Ghetto-Clan heute um 18 Uhr für euch. Wir öffnen dieses Mal nicht den Mami-Clan, sondern wir öffnen diesen Clan, die IDPCPCRJ20 und Special Fred und Lord Hopfen fliegen raus. Der Rest bleibt drin. Und dann haben wir noch einige Plätze übrig für euch. Sieben sind besetzt. Bedeutet, 43 Plätze sind noch da. Ich würde mich sehr freuen. Dann könnt ihr direkt zugucken, wie wir hier spielen. Ihr könnt mit uns zusammenspielen. Wir können zusammen die Clanspiele machen. Dann hat im Endeffekt jeder was davon. Von daher würde ich sagen, ja, das sieht doch dann ganz gut aus. Warte mal, wie sieht's denn apropos gut aussehen? Äh, hier sieht's nicht ganz so gut aus. Also ich würde eigentlich sagen, wir machen hier trotzdem mal eben noch einen. 2000. Oh, ich krieg die Bauhütte gleich. Wir haben sie gleich. Dann brauch ich ja gar nicht mehr zu warten. Wir haben sie gleich. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier die... Eins, zwei, drei... Ah, jetzt geht er da drauf. Ah, leider da unten drauf gegangen. Aber jetzt doch, sie gehen doch noch auf die Kanone drauf. Okay, 100% kriegen wir hin. Das Nachtdorf ist leider ein notwendiges Übel für mich, das ich mitnehmen muss, auch für ein paar Achievements. Leider. Ist leider so. Muss sein. Äh, wir können ja gleich mal gucken. Haben wir überhaupt schon alle das, äh, Nachtdorf? Und wie sieht das überhaupt aus bei den anderen von dem Dorf? Okay, den müssten wir eigentlich gewonnen haben. So, zum Beispiel jetzt bei Kabi. Wir besuchen mal. Nein, sie hat das Nachtdorf noch nicht. Der Präsident, ich sagte, er war zu gierig. Er hat das Nachtdorf auch noch nicht. Oh, okay. Aber er gradet gerade ab. Oh, aber er gradet gerade auf Level 4 ab. Alter, der ist mit Level 3, ist der schon auf 735 Pokalen? Ja, ich bin gerusht. Das gehört allerdings zur Taktik dazu. Ich werde bis zu einem bestimmten Zeitpunkt werde ich rushen und dann werde ich aufhören. Warte mal, haben wir hier noch einen? Ja, hier. Für 2000. Ich muss halt hoffen, dass ich, vielleicht kriegen wir jetzt schon die nötigen. Kriegen wir sie jetzt schon? Die nötigen Gems. Sechs Stück brauchen wir noch. Komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir fünf. Ja, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt gleich die, wir haben die Bauhütte gleich. Wir haben sie gleich, wir haben sie gleich, wir haben sie gleich. Und dann geht's rund. Dann können wir mehr machen. Und dann will ich natürlich auch irgendwann die nächste haben. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Perfekt. So. Ding, 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 ding. Das ist ja erlaubt, ne? Bauhütte kaufen darf ich. Ich darf sie nur nicht mit Echtgeld kaufen. Das tun wir ja auch nicht. So. Dritte Bauhütte am Start. Alles gut. Und jetzt müssen wir mal gucken. 80.000, das werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Auch wenn es ja ein bisschen länger dauert alles. Hm, nee, warte, wir bauen erst ein paar neue Sachen. Wir bauen erst neue Sachen. Das wäre blöd sonst. Boah, 200.000, die Zauberfabrik. Das wäre auch natürlich ein großer Schritt. Aber wir machen jetzt erstmal die ganzen neuen Sachen hier hin. Und zwar die Goldmine. Das dauert jetzt erstmal eh nur 10 Sekunden. Ein paar Mauern werde ich auch noch upgraden, glaube ich. Ressourcen. Also jetzt wird erstmal nicht mehr so gerusht. Denn ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt die Loons haben. Ich wollte unbedingt die Loons haben. Das war das Wichtigste jetzt für mich erstmal. So. Zack. Das dauert jetzt auch 10 Sekunden. Verteidigung. Die neuen Mauern. Die muss ich dann noch, da muss ich mir noch eine Base bauen. Vielleicht, ich lade mir, glaube ich, gleich mal eben eine runter. Eine Base. Wir gucken gleich mal, was wir für Bases zur Verfügung haben. Beziehungsweise ich suche einfach mal eben nach einer. Das ist nicht schlecht, denn Rathaus 5 Bases müsste es eigentlich geben. So, Kanone. Das passt auch. Dauert jetzt auch 10 Sekunden. Perfekt. Hier bin ich auch ganz weit. Ich will irgendwann diese Trainingstränke haben. Ja, ein bisschen ist es natürlich noch. Bis 5000, das ist gut. Haben wir noch einiges, was wir noch einsammeln können? Verteidigung. Ja. Bogenturm. Auch noch eben. Ich muss alles setzen eigentlich. Okay, der dauert jetzt sowieso eine Minute. Dann würde ich sagen, wir machen einen Cut. Ich setze gleich auch mal eben noch schnell den Magiaturm. Und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Und ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was wir tun. Wir werden natürlich gleich auf jeden Fall den Magiaturm bauen. Das dauert allerdings dann ein paar Stunden. Deswegen müssen wir da mal gucken. 29 Minuten. Dauert jetzt gerade das Ding hier. Ich habe nur keine Gems. Das ist dann halt ein Problem. Also. Ich habe mich dazu entschieden. Ich werde definitiv erstmal ihn hier fertig machen. So. Das dauert jetzt zwar 9 Stunden, aber ist in Ordnung. Die Kaserne gleich dauert ja auch. Was ich auf jeden Fall noch upgraden muss, das sind die Elixierlager. Denn sonst habe ich ja irgendwann ein Problem. Die Elixierlager habe ich ja bisher vernachlässigt. Ist noch auf Level 1 und das ist auf Level 2. Also das ist noch nicht der Rede wert. So. Aber. Zunächst einmal noch. Warte mal. Fallen können wir auch eben noch bauen. Die Fallen baue ich auf jeden Fall auch noch alle dahin. Und wenn wir die Fallen fertig haben, dann werde ich noch gleich den Magiaturm setzen. Und dann müssen wir noch ein bisschen fahre ich mir, Leute. Ressourcen. Armee. Ach ja, Zauberfabrik. Die kann ich nicht bauen. Ich habe ja nicht so viel Platz. Ne, 170.000. Ja doch, wir haben ja gleich eh wieder einen Arbeiter frei. Und dann suche ich mir jetzt gleich mal eben eine kleine Base. Ein kleines Dorf raus. Kurzer Cut. Und. Bis gleich. Okay. Ich habe mir gerade eine Base kopiert aus dem Clash of Clans Wiki. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde nur, glaube ich, sagen, das ändern wir mal eben. Wobei. Ne, ich glaube, die Luftabwehr ist sogar stärker in diesen Regionen als ähm als der Minenwerfer. Ich glaube, das ist besser. Okay. Dann machen wir jetzt endlich mal noch einen Cut. Es dauert ja eh noch Oh, es dauert noch sieben Ich suche einen Gegner raus. Alles klar. Bis gleich. Okay. Der hat relativ viel Loot, den ich mir eigentlich nicht entgehen lassen kann. Und 30 Pokale. Ich werde wahrscheinlich äh ich werde wahrscheinlich auf einen Stern gehen. Der hat da nämlich den Magiaturm. Warte mal, ist er in einem Clan drin? Ne, er ist in keinem Clan drin. Das ist natürlich schon mal gut. So. Wir setzen das da hin. Zack. Da sprengt er jetzt offen. Jetzt setzen wir natürlich die Riesen alle auf den Fleck da drauf. So. Zack. Und zack hinterher. Ich will eigentlich in erster Linie jetzt erstmal nur den Loot haben. Warte mal, da oben ist geschenkt. Oh, da war der Weihnachtsbaum. Ich dachte, da wäre was gewesen. Aber er hätte mir schon mal drei Sachen außen geschenkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, der Minenwerfer ist natürlich übel. Das muss man sagen. Allerdings. Die tanken noch. Ja, ja. Geht da drauf. Geht da drauf. Geht alle da drauf. So. Ich kann das auch nicht so ganz gut einschätzen jetzt in diesen Regionen. Ich bin das ja nicht gewohnt. Aber okay. Das müsste eigentlich für zwei Sterne auch reichen. Je nachdem. Wie lange die Riesen noch für uns tanken. Wer weiß. Allerdings möchte ich auch eher das Gold noch haben. Das Rathaus wäre dann halt Ja, das wäre Zusatz. Aber solange der Riese noch für mich tankt, solange müsste das eigentlich funktionieren. Oh, jetzt geht er da rein. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf. Rathaus, komm. Es ist doch fast weg. Es ist doch fast weg. Ja, das müsste aber reichen. Komm, 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 komm. Dann habe ich noch einiges übrig an Truppen. Komm. Putt, 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 putt. Rathaus, 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 Rathaus ist weg. So. Jetzt noch da oben drauf. In und der. Rest da noch ein bisschen zur Verwirrung. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ob das reicht oder nicht. So, Bogenturm. Müsste nicht ganz reichen, den wegzuholen, den da vorne. Äh, jetzt noch mal gucken. Aber es ist im Endeffekt auch egal. Also, das ist natürlich jetzt der absolute Zusatz gewesen, wenn ich jetzt hier noch den dritten Stern geholt hätte. Aber 98.000 haben wir jetzt schon mal wieder an Elex und 222.000 Gold. Das sieht einfach so komisch aus, weil die Goldlager viel weiter sind als der Rest. Als die Elex-Lager. Und jetzt muss ich eigentlich warten. 23 Minuten. Habe jetzt gerade eh nichts mehr zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in einer neuen Episode wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und denkt dran, heute um 18 Uhr öffnet der Jimmy Ghetto Clan. Das hier ist die ID. Ich freue mich schon auf euch. Es gibt keine Voraussetzungen zum Beitritt. Rathaus, egal. Pokale, egal. Egal, ob ihr gerusht seid oder nicht. Das ist vollkommen egal alles. Also, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns vielleicht heute Abend schon oder vielleicht in einer neuen Episode. Clash of Clans mit mir, dem Dreh. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020